ich weiß gern mal wie das ging du wüsstest gern mal wie das ging ich weiß nicht mehr wie es ging mit den Lohren, das wäre so witzig ja, dann hat man die Lohre auch oftmals verloren guck mal, ist das unsere Lohre in der Säure wir wissen jetzt ja wie man Säure abpumpt haben wir die jemals abgepumpt? ich glaube es ist in Erinnerung, dass wir es immer nur freigesprengt haben nee, später haben wir rausgefunden, wenn du das in so ein Gebäude leitest dann fließt fließt die Säure hoch ins Gebäude rein und wenn du dann solche Fässer hast wenn die voll mit den Fässern muss man auch irgendwo hin oder wie war das? die musste man dann halt nochmal manuell verkaufen ich finde gut, dass man verkaufen kann ich denke ruhig Geld manche Säuresäen sind auch einfach gigantisch ja, und weil wir nicht wussten, dass man die auch wegmachen kann, wurden die immer größer Geld musste man die Fässer kaufen eigentlich? oder konnte man die herstellen? oder waren die automatisch da? ich glaube nicht die musste man kaufen wir haben mehr gekauft, um sozusagen schneller geile Industrie ja die musste man ja auch einzeln transportieren, ich erinnere mich fliege 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 so, ich denke ich habe alle abgeliefert wir nehmen diesmal einen normalen Flug wo fliegen wir hin? wo ist es näher dran? am nächsten Boden? netherstorm so, ich denke denk dran, dass ich nicht alle Flugpunkte ich denke mal dieser kleine Punkt da von dem Gnome da Tashleys Station ja, den habe ich so, wir fliegen fliegen um zu siegen, wir sind Sieger, wenn wir fliegen wir müssen ein ein Damage-Dealer ich gehe mal auf Klo so, so schnell wird kein Indikum das nicht ok acqui k ex Mmh Okay. 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 Mm-hmm. 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 Uh, um, um, Kosa? 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 Hallo? Kosa? Kosa? Hallo? Hallo? Kosa? Kosa? Hallo? 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 Kosa? Nevermind Und Wieder da Das rettet uns auch nicht mehr Trägst du uns neu ein? Hä, warum ist denn das weggegangen? Weil eine Gruppe gefunden wurde Ach, Mann Ich weiß wieder, wie der sie denkt Klong Classics und Klong Endeavor sind umsonst Und es gibt vielleicht ein neues, das ist aber leider nicht umsonst Der nennt sich Klong Extreme und ist in 3D Und sieht's cool aus? Naja, es sieht so aus wie man es von so einem Spiel erwartet Ja, vielleicht lohnt sich das sogar, also jetzt noch nicht, sondern erstmal Endeavor zu spielen Und Fürs Let's Play sozusagen das Extreme zu kaufen Frag dich, ob man dann vielleicht sogar alle Teile durchfüllen Kann ja nicht erstens nicht so teuer sein, zweitens sind die ersten zwei ja sowieso früher Dann willst du mit Classic anfangen? Also wenn's Classic ist, sowieso schlechter? Ich weiß nicht, ob nicht in Endeavor sowieso die Missionen von Classic das sind Schauen wie wir uns rausfinden Gucken wir, wie ich es rausfinden So, wir sind angekommen, kannst du auf Folgen gehen? Ne, ich hab die Seite komplettisiert. Das heißt, sich einverleibt. Darf auch leicht neologistisch veranlagt sein. Neologistisch? Neologistisch. Das stimmt. Ich erinnere mich an diese Stelle hier. Die hat hier ziemlich leicht gebastelt. Ich versuche mal was rauszupullen hier. Jo. Hier klackt, nein. Warte. Warte ich mir, Kleine? Das steht nicht eindeutig noch. Aber wir können ruhig in der Bahn fahren. Schon heute schieben wir Classic so Spiele mal ein. Ist ja sozusagen keine Story. Back to the Root. Oh, ich hab einfach keine Wut. Zufriedlicher Mensch. Zufriedlicher Mensch. Warum müssen solche Damage dir da echt reinlaufen? Zum Beispiel ein Mage. Warum kann er nicht blöde ein Fingier machen? Ist nicht stylisch genug. Also dann greift auch jeder was anderes an. Dann hat der Typ sein verweistes Mammutkalb hier noch mit hergebracht. Ich habe Rollenspieler oder Noobs. Beide eigentlich. Warum kriege ich diese Vieche hier? Bitte diese bitte. Oh. Oh. Excuse me. Alle B1-70. Das ist mit mir der Akku, dass ich manchmal noch so fehle. Aber. Dürfte nur begrenzt Kacke sein. Ein Recount geht immer noch nicht an, aber ich bitte hier Low Damage. Von uns? Oder haben Sie? Also von uns. Mir kannst du echt keine Vorwürfe machen. Ich wusste auch nicht genau, was du mit denen meinst. Ich habe es einfach mit den Gegnern assoziert. Also ich meine von der Party oder halt von uns? Von der Party. Okay. in diesem fixing und machen sie im und überhaupt zu RUS ژs wir Kannst du raten, wie groß der Ender war ist? 10 Megabyte oder so. 1260. Oh doch, tatsächlich, ich hab falsch geguckt. 62. Nice. Inklusive Schlüsseldatei. Oh, diese ist bestimmt groß. Noch ein Kilo beides Schlüsseldatei. Weißt du noch eine 500 Megahertz CPU? Also eine. Schau, ist ein Boss. Ansonsten müde ich mal noch 128 Megabyte RAM. Den aktuellen Grafikkarten treiben. Die Grafikkarten an sich brauchen wir nicht. Ja doch, OpenGL sollte man betreiben können. Und 32 Megabyte Grafikkarten haben. Das ist glaube ich kein Boss. Ist es wie auf dem Campus? Ja, das wäre wirklich kein Boss. Der Torwächter Eisenwand. Ich glaube es ist ein Boss. Na, er droppt halt nun jetzt. Das ist es ein Boss. Bis zum Beispiel. Der Torwächter ist ein Boss. Das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Der Torwächter ist ein Boss. Der Torwächter ist ein Boss. Vielen Dank.